GameKeys und GameCard Demacios! Willkommen zu Summoner's Ring! Hallo Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem kleinen LoL Let's Play. Diesmal Solo Queue. Ich spiele Ramos im Jungle. Und ja, los geht's. Wir haben hier ein sehr schönes Team. Schön Olaf, bisschen tanky. LeBlanc ist ja auch übel OP, finde ich. Aber nun gut. Werden wir gucken, was wir heute so reißen. Es geht ja mit großen Schritten Richtung Silber 3. Und dann hoffe ich mal, dass wir bald wieder Gold erreichen werden. Warum ich jetzt hier nur 30 FPS habe, weiß ich selber nicht. Machen wir ein bisschen Hintergrundmusik. So. Na, ok. Also ich hoffe ich kriege auch mal einen Pull. Oder was geht bei dir, SW? Kein Bock. Anscheinend nicht. Ja. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das hier wollte ich auf jeden Fall rausnehmen. Weil das nervt. So. Na komm. Also los geht's. Super Pull. Freue ich mich doch immer. Nicht. Nein. Alter, komm mal. Wie lau ich jetzt schon bin, ey. Egal. Auf zu den Wölfen. Ja. Standard Jungle Route. jetzt dann gleich noch red buff dann guck ich mal ob ich in der mitte was reißen kann wie immer irgendwelche tipps entweder zu meinem spielstil oder zum video an sich gerne in die kommentare werde ich mir dann alles reinziehen und es versuchen zu verbessern so wie viel haben mal 410 genau nehmen wir den jetzt mit alter ich habe ganz schön so ich zeige es dir schon mal an gibt ja auch gerne mal leute die ja nicht reagieren wenn ich denken kommen und sie hat hier geordert machen irgendwie fast immer ist mir mal aufgefallen in letzter zeit ja macht ja auch sinn macht ja auch sinn weil ich mein blubuff red buff wenn er dann wenn er dann gankt der jungler dann wird er wahrscheinlich durch diesen busch gehen jetzt versuchen wir mal hier die schwanger ein bisschen zu catchen aber olaf nimmt sich lieber zuerst gut wenn er kein kill will dann halt nicht oh hier lebron es geht low nein knappi der gar nicht dass sie hier schon so die nehmen wir mit jetzt noch schnell die geister dann noch mal mitte probieren die ward dürfte nämlich jetzt weg sein und trinket ist noch auf cooldown also sollte zumindest jetzt kill die doch nicht oh so da haben wir doch in diesen spannenden momenten kann ich leider nie reden fach ich wollte mal mit dem roten ding anfangen ja danke ich weiß dass ich gut bin deswegen bin ich auch so über vier crash gar nicht erst rein ist okay was warte ich eigentlich immer so lang leute was ist denn los hier bot lane gib mir ein scheiß schild man ey was das eigentlich hier für ein war ja niemand neid natürlich gehen wir jetzt mal wieder zustrig druck für treffer um du wirst nie Ja Was ich schon wieder low ich denke man sie hat wieder gehoordet also die ori 6 minuten 40 ja soll ich jetzt eigentlich mich mal auf den weg zum blue buff machen jetzt werde ich natürlich erstmal ganken macht sinn würde ich mal sagen so dies auf jeden fall tot brauche ich kann nicht mehr hingehen und dann nur noch zu der hier schnuggelchen kommen daher ich glaube es knapp gegen die so nicht so nicht schade ja jetzt kann ich auch nicht bloß ich könnte ja natürlich probieren ihr zu stehlen ich will 510 gucken wir mal ich denke man sie macht ihn jetzt hatte irgendjemand egal warum mache ich jetzt noch kurz die geister gibt er den bluboff wieder noch mal weg da mal welche man holen kann na komm mache na so ist auf dem weg okay es ist mir gemacht komm her ok haben keinen bluber für dich sagt doch direkt dass du nicht brauchst los ist noch nicht so schwer ok brauche ich gar nicht dass ich komm 6 hier oder fahrt gerade ein killgold meine ich nie los oder keine ahnung habe nicht auf geachtet vielleicht sollte ich schon das item wechseln auf das rote aber 10 warum vergesst ich das jeder zwei sekunden ja perfekter smite vielleicht ein bisschen zu spät aber yolo so werden wir mal gucken ob wir in der mitte hier was reißen können jetzt acht der bluboff ist jetzt erst gesorgt ach ja klar shivana da hatte ich red gestartet hat jetzt auch bekommen die uri ne ja ok ja ich bleib hier stehen weil ich es kann hallo macht doch ein spell alter was macht die oh mein gott gibt die der nur auto text ja out of mana hättest du mal dein bluboff abholen müssen man halt was eine flasche ohne witz geil double buff weg und jenna ist auch wieder am rumholen dann sollten die vielleicht mal aufpassen wenn nicht angeholt kommen und ich dann einfach stehen bleiben das wäre ein perfekter genke gewesen ja man was solchen da unten jetzt alter richtig schlecht herkommen dann geht auch hin ja guck wieder nix wow super ja klasse klasse ja wow alter das kann noch nicht wahr sein warum warum spiele ich mit solchen flaschen gut weiß auch nicht optimal von mir gespielt aber fragt doch nicht nach dem gang wenn ihr dann so scheiße spielt na komm her na wo bist du du bist am arsch hallo ok nehmen wir die auch gut ok das reicht alter da könnte ich mich echt aufregen ne mach ich auch aber ach ja das ist halt silber machst du nix die menschen die hier spielen muss man eigentlich nicht verstehen muss man einfach ignorieren weil die gehen mir so hart auf die eier teilweise dann was ist los mail fight äh 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 du musst dann drauf gehen Olaf wenn ich den taunte oh fuck ok das war nicht so optimal Alter, ey. Warum geht der denn nicht drauf? Aha. Ich fasse es nicht. Warum, ey? Nee. Ich kann kotzen. Wofür taunt ich den denn, ey? Boah. So, was kaufe ich mir? Was kaufe ich mir? So. Oder, ja. Kann man, naja. Kann man eigentlich nicht machen. Egal. Der Twitch hat vier Kills, kann man doch machen. Kann echt nicht sein, ne? Ich taunt ich. Olaf rennt weg, weil Twitch ihm zu nahe kommt. What? Äh. Boah, jetzt hat ihm ein Blubuff gestohlen, oder was? Ja, hässlicher. Schneller. Oh mein Gott. Zu langsam. Boah. Luck gehabt. Boah. Boah, kann nicht wahr sein. Wo ist... Oh mein Gott. Stark, Asriel. Sehr stark, Asriel. Sehr stark. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ist der Bot Lane? Oh, nee. Geil. Den Typen feuerich. Give this man a medal. Das ist einfach so Pro. Ach ne, boah, da kommt Freude auf. Warum spiele ich bitte mit solchen Leuten, ey. Ich mein, ich bin sprachlos. Es gab keinen Grund da als Bot pushen zu gehen. So, her damit, Spaßi. Geh mir nicht auf die Eier jetzt. So, jetzt komm her. Na komm. Warum nicht Twitch ist Botlane? Wir waren zu fünft. Okay, Olaf ist mal wieder top gegangen. Keine Ahnung warum. Na komm her. Na komm doch her. Mann ey, wir sind doch. Ja okay, jetzt ist eh vorbei. Wow. Nice. Wow. Nice. Das ist nicht so schlau irgendwie zu diven, wenn... Na okay, wenn wir den Tower kriegen... Was aber vielleicht wert. Aber wenn die unser mit Tower kriegen, dann nicht. Jenna. Hättest du die Güte. Mann. Warum? Alter. Geil. Na egal. Ja kill sie doch. Super. Einen Tower und dafür haben wir den mit Tower fast verloren. Ob es das so wert war. Ach ne. Probieren wir mal den Drake zu machen. Jetzt wo alle von denen tot waren. Macht das eigentlich auch was auf den? Ne. Verändert ja gar nichts an seiner Rüstung. Normalerweise bei den anderen... Ne. Bei den anderen neutralen Jungle Monstern. Verändert das ja was an der Rüstung. Zieht ja Rüstung ab. Der Eisberg. Hui. Wir haben nen Drake. Wir haben nen Drake. Hahaha. Was war das denn für nen Dreck? Ganz ehrlich. Schlechtes so Ulti. Vor allem gegen nen Rammus der fast auf Topspeed ist. Nice try. Komm her. Ja komm doch her. Na der Messi ist so blöder Gründer. Komm du mal hier raus. So. Olaf. Komm her. Ich rette dich. Baummann schreitet zur Tat. Oh Gott. Na los. Fuck. Scheiße. Hätte der mir keine Autotech gegeben wäre vielleicht gar nicht gestorben. Aber ich hab ja noch vorn. Jojo. Ah. 1 gegen 1. Haben wir 1 gegen 1 getradet? Nein. Da sind noch mehr gestorben. Egal. Ja wir kommen so langsam wieder zurück. Ich hab auch noch lange nicht gewonnen. Warum hat der nicht einfach irgend so nen OP AD Curry genommen? Keine Ahnung. Jinx oder Lucian oder so. Jinx und Lucian bester AD Curry Season 4. Meiner Meinung nach. Das ist alles meine Meinung. Könnt ihr da gerne mit mir in den Kommentaren diskutieren. Aber. Ich denke mal viele von euch werden das ähnlich sehen. Warum? Warum? Geht sie da drauf? Ich bin ein Ramos. Warum? Ich verstehe es nicht. Aber gut für uns. So. Wollen wir mal gucken. Ähm. Ja bringt jetzt eigentlich nicht so richtig viel wenn ich jetzt gehe. Ja. Oh. 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 Warum geh ich da noch mal rein, ey? Meine Fresse. Scheiße, ich hab ja gar keinen Flash. Nein. Ah, diesmal trifft sie. Fuck. Oh, ich hätte einfach abhauen müssen. Naja. Ne, ich kaufe jetzt nicht nochmal so ein Ding. Ja, als ob die jetzt Brownen machen. Wie flauen wir denn? Oh, okay. Ja, ja. Ja, Steelman, dann kann ich mir meinen Giant Spirit holen. Ja, so. Botlane hart am Puschen. Oh, ne, ne, ne. Das Spiel, das Spiel. Ich hab jetzt drei oder vier in Folge gewonnen. Warum das nicht? Geh doch drauf, ey. Du triffst sie mit dem Kuhspell, weißt du, und gehst... Oh, Mann, ey. Warum? So viele Engage-Möglichkeiten? Komm, jetzt nur in die Scheiße. Ja, was willst du, Leona? Was willst du? Ja, komm doch mal mit. Wir fixen Kuhspell. Leute, nicht mehr Split-Pushen. Alter, ich bin so ander-levelt. Warum geht der denn auf mich, der, äh, der Twitch? Hä? Super. Die kriegen doch locker den Inhibitor. Warum machen die Leblancs beste Split-Pusherin? Bester Split-Pusherin-Lahn. Nee, beste Split-Pusherin. Ich glaub auch. Guck dir das an, ey. Ma, gib ihm 97, ade. Die können sich noch porten und können auch den Inhibitor defen, wenn die so weitermachen. So. Leute, die beenden, wenn ihr jetzt nicht zurückkommt. Ja, komm her. Tod. Als ob die nicht gestorben ist. Jetzt kommt doch mal back, ey, ihr Nutten! Push weiter! Push doch! Meine Fresse, warum pusht der nicht? Die können sich doch jetzt nicht porten. Oh mein Gott. Übelste Flasche. Oh mein Gott. Wenn der, ja, guck. Der Tower, bis wir da wieder sind, da ist er eh voll. Wie? Wen? Dich, Leblancs. 6, 5. Nee, du carryst uns alle hart. Ich hab genau so viele Gills wie du, ey. Und ich bin ein Tank. Boah. Ganz starkes Spiel hier von unserem Team. Ja, und der Olaf konnte ich auch nicht entscheiden, ey. Da minus 10 Rüssi. Oh, der Blue-Red-Buff gehört mir, ey. Die anderen haben ja irgendwie alle keine Ahnung, was die damit anfangen sollen. So, wir kriegen Top-Super-Vasalen. Alter. What the fuck, der ist grad mal Half. Der erste Tower ist Half. Grandios. Egal. Ich glaub immer noch fest daran, dass wir das, äh, game hier gewinnen können. Ich hoffe es. So, ja, damit. Komm. Ja, ja. Ihr seid doch alle keine Gegner für mich. Ach, die kann man nicht gehen. Oh, ja. Man lernt ja nie aus. Ist ja schon mal gut, dann. Ja, Leona, was war das für eine Aktion? Oh, ein Bild stummig verarschen, ey. Lass doch mal lieber... Oh. Oh, oh. Alter, dieser Schild, ey. Mo, ey. Ja, weg. Was wollt ihr da jetzt? Jetzt macht doch einfach hier. Hallo. Ach, und ich mach immer noch E drauf, egal. 720, oh. Den könnte man mal smiten. Go, go. Go, go. Alter, ich hatte die doch... Alter, ich hatte die doch... Na, wenigstens etwas. Oh, fuck. Oh, schräg nicht rauschen. Es schräg nicht. Warum? Ich hoffe, das nervt jetzt nicht. Jawohl. Den Tauerkrieg mal. Es nervt jetzt sich allzu sehr... Fuck. Die beenden ja. Nein. Es nervt jetzt sich allzu sehr im Hintergrund. Komm mal her. Jetzt devt den Missy Köln, den. Der Rest macht keinen Damage. Devt diesen Scheiß... Hier, Nexus-Dingens. Komm her. Ja. Suck my balls. Ja, der Inivitaus ist nämlich gerade wiedergekommen. Schön. Wir konnten gar nicht beenden. Okay, dann haben wir jetzt noch eine Chance. Ja, Shivanah hätte den noch eh nicht bekommen, den Nexus. Bei der E-Folge gestorben. Ja, jetzt wollen sie auf einmal eben die ganze Zeit nicht zum Ray kommen, aber jetzt... Ist klar. Na, wir machen jetzt keinen Baron, Leute. Nein, es ist zu spät. Bringt doch eh nichts. Na, komm. Boah, präzise Ulti. Warte den vielleicht mal, Jenna. Du besitzt das Wort, Alter. Du kannst jetzt auch mal anfangen. Haha. Free Baron. Brauchen wir eh nicht. Wir gewinnen auch so. Boah. Boah. Ja, ja. So ist das. Wow. Wow. Nein. Doch, ich hab die richtige. Warum? Warum? Warum ist hier jetzt keiner? Keiner. Wo sind die alle? Alter. Ja. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Äh. Wir hatten wohl heute keinen Bock zu gewinnen. Gut, ich hab zwölf das. Warum? Warum, warum? Okay. Ja, war aber doch ein schönes Spiel. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.